12.45 Uhr am Nachmittag in Melbourne. 12.45 Uhr. 15.00 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 Uhr. Dann wird Anke Huber gegen Amanda Kotzer sein. Beide Spielerinnen hier ebenfalls erstmals dabei im Semifinale bei den Australian Open. Noch einmal die entspannten Eltern von Monika Seeles. Die schauen in Richtung Himmel. Es soll am späten Nachmittag vielleicht wieder hier anfangen mit dem Regen, aber jetzt zu diesem Zeitpunkt wird diese Begegnung wohl noch einigermaßen trocken über die Bühne gehen. Das erste Auflagspiel von Monika Seeles. Thiris. 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 Fusilone. Game Sellers. Zettel ist es, zwei Spiele zu Ende. Was ist das denn? 15 Minuten. 15 Minuten. 30-15. 30-15. 30-15. 30-15. 30-15. 30-15. 40-30. 30-15. 30-15. 30-15. 30-15. 30-15. 30-15. 40-15. Das war nicht Rüben. Das war nicht Rüben. Das ist doch schon mal ein wichtiger Spielerfolg für Chandler Rubin. Dieses Aufflagspiel sollte Selbstvertrauen geben. Und die Monika Seles kommt immer dann in Schwierigkeiten, wenn die Amerikanerin Chandler Rubin aus dem Mittelfeld heraus die Vorhand beschleunigt. Und die Läuferisch Monika Seles auch nicht die Beste, auch wenn sie bislang hier so überragend gespielt hat, überlegen zumindest. Chandler Rubin, die einen sehr guten ersten Aufflag hat, damit eine Menge machen kann, glatt servieren kann, dadurch ein bisschen Härte hinein bekommt. Und auch nach außen, von der rechten Seite. Und dann hat die Monika Seles halt Schwierigkeiten mit ihrer verkürzten Reichweite durch die Tatsache, dass sie auf der Vor- und Rückhand mit zwei Händen spielt. Time. Chandler Rubin Muss hier in dieser Begegnung versuchen, nach vorne zu marschieren, mit der Vorhand das Spiel zu dirigieren, hinten an der Grundlinie sich auf lange Duelle einzulassen. Das dürfte wohl mit Sicherheit das falsche Rezept sein, denn es gibt keine Spielerin, die so konstant dort hinten agiert wie Monika Seles. Läuferisch Monika Seles. 15. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. Das ist es, was Chanda Rubin so populär unter den Fans macht. Sie spielt offensiv, spielt ein frisches Angriffstennis und erstmals Breakball. Fault. Hat sie sogar Glück gehabt, die Monika Seeles, dass hier Schiedsrichter Jane Harvey den ersten Auflag ausgab, denn da wäre sie kaum an den Return rangekommen. Aber der ist auch nicht schlecht. Der Mut zum Risiko wird belohnt. Diese junge Dame ist auf jeden Fall die große Bereicherung im Damencircuit der vergangenen zwölf Monate. Das ist ein frisches Angriff. 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 Applaus 30, 15 40, 15 20, 15 20, 15 20, 15 20, 15 20 20 20 21 22 22 23 hat sich schon da oben frei gespielt was zieht es so aus nach den ersten zwei spielen mit dem abtasten da es ist die amerikanerin die hier die akzente setzt 19 jahre alt sie wird im februar 20 gender rubin die sich einen teufel drum schert was auf der anderen seite monika seles macht nein nein sie zieht ihr spiel auf so wie das halt die wirklich großen spieler tun sie ist natürlich noch keine große spielerin aber die anzeichen dafür die technischen fähigkeiten sind vorhanden monika seles sichtlich überrascht sie hat hier keine möglichkeit über das in den ersten fünf spielen erlebt haben so ihren gefürchteten vor- und rückanschlägen anzusetzen sie muss sich sogar bewegen und schau an da sieht die ganze sache ganz anders aus der bewegung heraus ist keine ausnahmespielerin mal sehen wie lange gender rubin dieses spiel durchhalten 15 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 40, 50. 14, 30. Game, Salad. Three games. Dieser Aufschlag ist die Basis für das gute Spiel von Monika Seeles. Die Basis ist die Basis für die Basis. 15, 15. 30, 15. 30, 15. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist natürlich fantastisch gespielt. Und schön deswegen, weil die Chanda Rubin etwas riskiert. Die sich nicht duckt vor Monika Sedic wie alle anderen Spielerinnen bislang. Aber jetzt hat sie gespielt. Tschüss. Ich bin der Mann, ich bin der Mann. Tschüss. Pulse. Third one is Rubin. Vielen Dank. 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 Thank you. 40, 30. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Thank you. Thank you. Thank you. Time. Nicht, Der Ball. Der Ball wird ausgegeben. ...